Hallo ihr Lieben, heute gibt es Kinder Bueno Mascarpone Creme. Wir fangen an mit einem Becher Sahne und geben ein Päckchen Vanillezucker rein und ein Päckchen Sahnesteif, dann die Sahne steif schlagen. So, die Sahne ist steif, wir nehmen jetzt 250 Gramm Mascarpone und mixen die auch einmal durch, um die Mascarpone aufzubrechen, damit keine Klümpchen entstehen. So, und jetzt kommen drei Esslöffel Nutella hinzu. Das bäckchen Önfeld Es ist fertig und ein Päckchen Däugier ρο Untertitelung des ZDF, 2020 Das schieben wir eben beiseite. Hier habe ich schon mal in Scheiben geschnitten. Von der Packung Bueno sind sechs Riegel drin. Ein Riegel zur Seite können damit dekorieren. Fünf Riegel klein machen und dann mit einer Gabel zermatschen. Und noch die steife Sahne. Auch noch dazu. Durchrühren und schon ist die Mascarpone Creme fertig. Und noch abfüllen in Gläser. Und noch abfüllen in Gläser. Und noch abfüllen in Gläser. Und noch ein bisschen Kakao oben drauf. Und ein Stück Bueno. so jetzt drei vier stunden in den kühlschrank und dann könnt ihr lecker essen danke und bis zum nächsten mal ciao ciao bis zum nächsten mal